kommen wir zur letzten rose des abends die rose geht an jemanden der der mir gezeigt hat was liebe ist der mir gezeigt hat was echte emotionen sind andy möchtest du diese rose annehmen verdient los geht's war das nicht romantisch ja das war nicht romantisch herzlich willkommen zu unserer neuen folge von lass mal reden heute reden wir über die aktuelle staffel der bachelorette this girl is on fire ja die bachelorette oder wie man auch in fachkreisen sagt das sommerloch das ist ja ein bisschen gemein aber die bachelorette dieses jahr kennt man man kennt sie aus wer hätte es gedacht aus dem bachelor war nämlich mal beim glatzen bachelor kandidatin christian thebes ja christian thebes der glatzen bachelor wo sie auch sie war die jenige die gesagt hat wo sind denn deine haare wenn man sich wenn man sich erinnert erinnere ich mich nicht wo sind denn deine haare ich glaube sie mocke es nicht dass er keine haare okay 2014 war das übrigens bist du fact checker ich bin fact checker ich bin der fact checker kein scheiß man jeder weiß man ja der picknicker ne facts facts checker na wie auch immer und woher kennt man sie noch seitdem aus qualitätsformaten wie wie poor me big brother da ist sie fünfte geworden ist sie übrigens auch beim bachelor fünfte geworden wirklich ja also anscheinend hat die das so sie ist auch die fünfte bachelorette nein die vierte aber was hat sie so zwischendurch gemacht ne und jetzt knall ich einen raus sie hat 2014 eine single rausgehauen die hieß hemmungslos und wer hat die produziert komm ein name wer hat die proben nein menowin fröhlich na was nicht doch wirklich menowin fröhlich ist producer und hat sie produziert nein die hat eine single rausgebracht ja hast du die hat kennt die irgendwer von hast du gehört nee aber wenn man die kennt und die empfehlenswert ist dann einfach mal in die comments reinschreiben unbedingt und verlinken ich will das hören ja ja und ich finde es ja richtig schön was für ein motto sie hat um in diese staffel der bachelorette reinzugehen ja es ist ihr motto ist ich möchte die liebe meines lebens finden eine partnerschaft die natürlich ewig hält ewig soll sie halten wer kennt sie nicht die partnerschaften die ewig halten die beim bachelorette zustande gekommen oder beim bachelorette um fernseh generell die erste bachelorette weiß noch wer es war ivana tramka genau die war na tramka die dann auch mit oliver petzokat zusammen war genau und dann auch fünf kinder hat mit dem ne stimmt ja wie heißt die ne wie heißt die ivana ivanka monika ivanka die monika ivanka ja wie konnten wir es vergessen ich weiß es nicht mit oliver pocher verheiratet ist sie gewesen ich glaube der hat sie dann gedampft für sandy meyer alessia wölden oder mit denen hat er mit der hat er zwölf kinder mit der hat zehn kinder zehn ja aber sonst bachelorette kennst du noch eine alessia oder alessia oder wie die oder genau alisa alisa die ganz die ganz die vom letzten jahr so genau so eine kleine also weiß wie es war also wirkte klein und zierlich dunkel als braune haare ja genau und dann kenne ich noch eine die die war doch ganz lange mit jemandem zusammen mit dem die da den die da auch gewählt hat so eine blonde ich weiß anna hochbauer natürlich weißt du woher ich die kenne nein ich war mal bei jack and jones und habe mir eine hose angeguckt und die frau die da gearbeitet hat meinte ach weißt du wo mich kennt man vielleicht meinte sie so also es könnte sein dass du mich kennst weil ich war als die anna hochbauer bei promi shop in queen war war ich diejenige die ihr die hose umgekrempelt hat und daher kennt man mich vielleicht muss so wie findest du das dass das die bachelorette dies ja das erste mal das eine ist die schon sagen wir mal medial bekannt war also wie findest du es dass sie schon beim bachelor war dass sie quasi bei promi big brother war wo schon jeder ihre sekundäre geschlechtsorgane gesehen hat findest du es gut oder oder findet man keine andere oder ist die oder findest du die die jessica heißt sie übrigens endlich müssen wir mal den namen ja ich dachte man kennt sie ja man kennt sie auch aber sind sie jessica so einzigartig dass man sagt das konnte nur sie sein ich glaube sie hat ganz krasse druckmittel gegen irgendwelche menschen im business dass die da auch immer wieder reinkommt ja das wahrscheinlich also und damit meine ich nicht ihr gewicht als druckmittel sondern wie findest du überhaupt bodyshaming finde ich nicht cool ist in die diskussion ich finde es richtig krass also wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen ja wenn dann immer wenn wenn die zum beispiel so einen grill abend machen und die leute sagen zu ihr und die leute sagen dann im off im interview so ich finde es voll gut wenn eine frau richtig ist und nicht so immer nur ein salat ist sie sagen es die ganze zeit wenn es so ein ronik ist warum oder wenn die ist oder wenn die zusammen ich finde es richtig eklig muss ich sagen ja oder wenn die zusammen im wasser sind dann immer so ich finde gut dass du kurven ja ich bin ja ich will eine frau das hören ja also ich meine sie ist ja nun weit entfernt von pummelig sein oder dick oder sonst das ist das absurde aber 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 ich glaube du willst doch trotzdem als frau nicht mehr ja ich finde deine kurven toll als frau würde ich immer denken ja du findest mich fett ja es ist einfach so wir könnten ja jetzt mal über die wunderschönen männlichen geschöpfe reden aktuell noch in der staffel ich finde es unglaublich bei meiner recherche hat es ergeben dass ganz viele homosexuelle männer das gucken ach so ich dachte mitmachen ich dachte mitmachen mitmachen auch aber heute ist ja bei sogar ein bisexueller da mit dabei ja genau der aber der hat wenigstens noch zugeben dass er bisexuell ist ich habe aber gelesen dass drei von denen auf jeden fall auch schwul sind weil doch weil ein dj gesagt hat mit allen dreien hatte er schon mal hat er schon mal was gehabt nein ich finde es ganz schön krass dass immer nur wenn man sich pflegt und sich ein bisschen die augenbrauen zupft ein bisschen badöl reinmacht sich den körper peelt eine maske auflegt sich die fingernägel manikürt die füße pedikürt total auf seine klamotten achtet dass er dann immer direkt in die schule ecke gedrängt ja ich meine ich meine das ist so eine ganz normale morgen routine ja of course ja vor dieser show stehe ich fünf stunden in the bathroom and clean my 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 penis in der hoffnung dass ja was geht endlich mal wir können aber auch mal ganz kurz die kandidaten jetzt endlich mal durchgehen die noch drin sind ich gehe alphabetisch durch ich sage den namen wir blenden bilder ein und jeder von denen hat sogar ein eigenes ein eigenes motto hatte jeder ja also wo er sich richtig überlegt hat so wie kann ich jetzt direkt einen raushauen damit jeder merkt ich bin am start also wir machen jetzt quasi shots freiheit ich sag den namen du sagst das motto ja andre laster habe ich keine arnold arnold sagt die nächste soll die letzte sein david david grubies war ich nie der typ für dominico ich bin vielleicht nicht der beste aber ich kenne keinen besseren johannes den wind kann ich nicht ändern aber die segel richtig setzt marco marco ich bin niemand der eine frau braucht aber ich hätte gerne eine niklas niklas bei mir zählt nicht der erste sondern der zweite blick ja weil hässlich ist und der letzte kandidat der aktuell noch am start ist sebastian aber sebastian hat ein ganz krasses problem das macht er auch direkt in seinem statement klar mein aussehen ist mir manchmal im weg diese wunderschönen mottos haben uns natürlich inspiriert auch für uns eigene sätze einfallen zu lassen es ist grandios da hätten wir noch den christopher also ich ich würde mich ficken und last but not least andreas it's nice to be important but it's more important to be nice ja weißt du was das schönste an dieser staffel ist die sind doch alle freunde untereinander die haben sich alle so lieb und und so super aber auch eine glückliche fügung des schicksals ja es geht auch ich finde auch es ist ich finde gut dass der johannes das mal gesagt hat auch wenn das mit uns hier nicht klappt jessica ich habe hier freunde fürs leben gefunden das glaube ich ja hast du neulich mitgekriegt als er kritisiert wurde nein ja doch weil er zu viel trinkt ne ne da hat der niklas zu ihm gesagt so weißt du was ich komme mit deiner oberflächlichen art nicht zurecht ja hab ich gesehen und ich fand den konter von ihm grandios mhm der parmesan ist aber lecker ich fand es übrigens richtig eklig wie er sie geküsst hat ja man ist es immer eklig wenn männer küsst wie kann man denn beim ersten kuss direkt so mit der zunge so ranpreschen sollen wir mal zeigen wie man richtig küsst ja unbedingt zeig es mal nee aber ekelhaft wie er sie geküsst hat ach man ganz ach das sind du alle die da sind sind so schlecht in dem was sie machen die sind so schlecht in dem flirten der david auch wo er sagt deine eltern die werden tierisch auf mich abfahren die finden mich richtig hört auf man will das einer hören oder oder nick das aber wie er seine gefühle auch gesteht wie david also mit einer mit einem mit gefühl in der stimme sagt er ich komme aus dem pot da sagt man mäuschen du gehörst zu mir ich komme übrigens aus den 80ern und da sagt man mein baby gehört zu mir ist das klar genau und ich komme aus der höhle ich nehme sie mir einfach und dann naja oder niklas geht hin und sagt ey niklas war mal fett musst du vorher wissen bevor du über ihn erzählst niklas war mal fett und er hat jetzt abgenommen ja Glückwunsch für niklas aber niklas geht hin und sagt ey ich bin derjenige der hier Entscheidung trifft ich bin der Mann durch ich komme damit nicht klar dass du was ist denn das für ein Satz aus 1700 und weil ich weil ich so viele Entscheidungen treffe habe ich dir hier einen Gutschein für eine Reise nach Rom geschenkt hier und den kannst du einlösen wann du willst kannst du dich von allen ficken lassen und danach fliegst du mit mir nach Rom und dann gebe ich dir noch einen Gelato aus aber aber als Mann ja finde ich das eigentlich nicht gut sind Männer so blöd du Andi ganz ehrlich du wüsstest doch welche du wüsstest doch was du sagen müsstest du bist mit der Bacheloretta zusammen du sagst jetzt zwei Sätze wo du dir hundertprozentig sicher bist dass sie sich für immer in dich verliehen würde ich weiß dass du das wahr kannst okay also der erste Satz wäre erstmal hast du auch Hunger? das Ambiente hier und so ist krass wie die das zurecht machen ja es ist alles heftig aber weißt du wenn ich dich anschaue dann müsste ich einfach nur mit dir egal wo sitzen und das wäre für mich wie das Paradies krass ich würde kotzen wenn du mir das sagst aber es würde funktionieren bei dir funktioniert das halt hundertprozentig hundertprozentig man du musst weißt du du musst ja noch nicht mal du musst ja noch nicht mal in die Gefühlsschiene gehen die du gerade versucht hast die du die du wahnsinnig gut rübergebracht hast meine ich ey du kannst dich doch einfach vor dir stellen und sagen ey wie du es sagst so ey weißt du es ist krass dass wir hier sind das ist das ist toll das macht alles wahnsinnig viel Spaß aber es ist vollkommen egal wo wir gerade sind denn mir geht es um dich und ich bin wahnsinnig glücklich dass ich diese fünf Minuten gerade mit dir hier alleine habe zack kniet sie vor dir und ja 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 sie kniet vor dir nein und macht dir einen Heiratsantrag oder so hundertprozentig und du sagst nicht du sagst nicht Jessica geil dass wir heute die Nacht der Rosen haben ich bin hier mit meinen ganzen Homies und ich habe die Freunde fürs Leben gefunden nein bevor wir jetzt die beiden Finalisten bekannt geben müssen wir noch mal ganz kurz über tolle Zitate und tolle Typen reden wie findest du denn den guten Herr Domenico ich habe ein tolles Zitat von ihm heute ist mein Gefühl nicht so gut ich hoffe ich täusche mich ich finde es ja krass also lernt man das nicht in der ersten Klasse dass es CH und SCH gibt nein wer es leider auch nicht schaffen wird ist der gute Marco aber Marco hat für mich einen der legendärsten Sätze in der ganzen Staffel bekannt gegeben und der war optisch wie ein Model Charakter von einer Dicken über sich sagt er dazu ich finde mein Charakter ist gut mein Aussehen auch aus das Spiel ist aus also noch nicht ganz wir haben noch fünf Namen die die Chance hätten aus unserer Sicht die Bachelorette zu bekommen haben uns dann aber letztendlich auf zwei definitive Finalisten geeinigt wir haben uns geeinigt auf einmal der gute Sebastian aus Berlin und wen hatten wir noch den guten David also Sebastian und David werden definitiv ins Finale der Bachelor wird 2017 einziehen es wird auf jeden Fall spannend am 26. Juli ist übrigens das Finale wir treffen uns natürlich nicht wir gucken getrennt weil wir außerhalb dieser Sendung nichts miteinander zu tun haben ich hat euch das Video gefallen dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren tollen Kanal aktiviert die Glocke dann wisst ihr mal Bescheid wann unsere Videos online kommen und vor allem schreibt uns doch wen ihr toll findet findet ihr Jessica toll findet ihr die Typen toll einfach hier runter kommentieren nächste Woche geht es frisch und munter schon bei uns weiter und dann dann gibt es große Veränderungen bei lass mal reden hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall genau Andi wird endlich ausgetauscht und in Zukunft sitzt hier Bim Bambino in dem Sinne verabschieden wir uns und sagen der Parmesan ist der Hammer und Shine On das war heute mal wieder ein Thema was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat also nicht dass mir die anderen Themen keine die anderen Themen keine keine Spaß im Space Game machen ja aber weil man ich glaube richtig gemerkt hat wie wir Bock haben darüber uns zu unterhalten und das ist eigentlich und ich finde das ist die Stärke von lass mal reden ich finde es halt krass wie was das bei uns auslöst ja das ist so du denkst du so ja mal kommt so Mittwoch zwei Stunden so so ein Trash-Format und dann guckst du das und dann willst du dann doch darüber reden ja ja oh er ist tot er ist tot es kommt vom Dings gefallen vor Lachen vor Lachen hat er deinen Gag endlich verstanden den du vor Parmesan ist der Hammer Würdest du mitmachen? bei der Bachelorette? ja oh weiß ich nicht oder würdest du gerne Bachelor sein? Bachelor würde ich machen ja echt würdest du machen? ja ich wäre so der erste eklige Bachelor das wäre doch mal ein geiles Experiment vielleicht sollte RTL mal auf dich zurückkommen du machst den Bachelor und du ziehst es wirklich so ab und guckst vor allem wie die Frauen trotzdem reagieren ob sie dann trotzdem sagen oh ja der ist schon toll weil sie denken ja ich bin ja jetzt hier am Fernseher und außerdem muss der ja reich sein denn das ist sowieso immer das Ding beim Bachelor und bei der Bachelorette das ist wie Urlaub natürlich ist es einfach sich irgendwie zu verknallen wenn du permanent Alkohol da stehen hast wenn du an den wunderschönsten Orten der Welt bist aber es hat doch nichts mit Real Life zu tun naja das ist wie Bibi das ist nicht authentisch dein Hate auf Bibi ist ja krass man warum hasst du sie? warum hasst du sie? Neid alter nee war cool mit dir oder? also war cool mit dir oder? sag mal war cool mit dir? ja krass jetzt kommen die Veränderungen ich hoffe mit deinem neuen Partner läuft es ähnlich gut wie mit mir ja du wirst fehlen ach meinst du? also mir nicht aber irgendjemand wirst du fehlen ja irgendjemand das war auf jeden Fall schön ey in dem Sinne vielen vielen Dank dass du dabei warst in meiner Show gerne habe ich gerne gemacht ja und wie gesagt es ist so wie bei Dr. Who jetzt sitzt hier ein anderer und es ist die gleiche Sendung genau du weißt ab jetzt nur noch über meinen Anwalt alles klar alles klar ja 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 Vielen Dank.